Warum bin ich so scheiße? Ich hab die groß, ich lasse die nicht. It's basically, it's basically leer. Boah, ich fühl mich angehubt, Alter. Junge, aber auf der L bin ich auf der A23. Oh, ich bin gemutet gewesen, ha. Wir schlagen viel, oft gemutet. Ey, wollen wir eine Q, oder? Warum Q haben wir nicht was davon? Matchbound. 4,20 Euro, weil 4 steht für Lifestyle, Uwo. 4 steht für Lifestyle, merke ich mir. Vielen, vielen Dank. Ja, wer ist da, wer löffelt da was? Niemand. Löffelt? So einen Knickjoghurt, aber so einen billigen, weißt du, weil die billigen sind viel geiler als die. True, 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 true. Gerade die mit den großen Cornflakes oder diesen Ringen? Gibt die mit den großen Cornflakes? Ja, große Cornflakes, wenn sogar gemischte Cornflakes und dann Vanillejoghurt. Ach. Nicht in den Bananenjoghurt. Bananenjoghurt nicht so gut, change my mind. Okay, ich muss irgendwas tun gegen diese Lautstärke. Ich glaub, die bereitet mir Kopfschmerzen noch da. Ist es jetzt besser, wenn ich schreie? Oha, ja, bitte schreie. Kannst du mir was vorsingen? Kannst du uns was vorsingen? So unironisch, wie du kannst. Wie soll ich denn unironisch was vorsingen, als jemand, der nie etwas singt? Na, keine Ahnung, halt mit wenig Ironie. Wie soll ich es geben? Ja, 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 ja. Der Rizea, ja, 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 ja. Der Rizea, ja, 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 ja. Du mir ist es immer wieder, wild amends. Komst du in Ordnung, ja, 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 ja. Du mir war modo aus. Du mir war sprawst, liebe jemanden. Das ist der Risea. Ich habe gerade die Bombe von Raze, weil ich jemanden noch in der letzten Minute mit meiner Sheriff getötet habe. Schön, dass das richtige Walzdeck ist, in Ordnung. Na, was hat denn die Kopfschmerzen schon besser? Ja, also ihr habt halt nicht ironisch gesungen. Nein, ich glaube, du überschätzt die allgemeine oder die grundlegende Singfähigkeit eines Menschen. Das würde vielleicht auch erklären, warum du denkst, dass du schlecht singst. Harmonisch waren wir, glaube ich, ganz gut dabei. Finde ich auch eigentlich. Für den Teamspeak-Delay sogar sehr, sehr gut. Das tut mir leid, Mann. Du f***ing leid, Bro. Ich habe keine Waffe. Ich bin dein Amor. Lukas, geh mal sterben, damit ich deine Waffen nehmen kann. Geh mal sterben, Lukas. Ich habe das jetzt hier gehört. Wenn ich jetzt sterbe, ist das ihre Schuld. Ich geh jetzt sterben. In-game. Ja, selbstverständlich in-game. Trotzdem fühle ich das schon toxic. Was nice ist gesagt, wie keiner reagiert da drauf. Schon ein bisschen disserfreundlich, muss ich sagen. Nein, du bist das Schild von Lukas. Ich wollte mich auch direkt hinter dich sterben, aber... Okay, ich nehme auch Bings. Na, das ist schon okay, du kannst mir nichts wegwerfen. Falsch verstanden habt ihr mich jetzt sogar auch noch. Du bist meine Armor, hast du gesagt. Ja, nicht deine Armor, sondern dein Armor. Spike-Flatts. Hä? Deine Amor. Deine Liebe. Oh mein Gott. Backside, neben rechts. Seins. Kommen wir morgen am Minecraft. Ja. Nice. Dann suche ich schon mal was raus, was ich morgen bauen kann. Wir bauen morgen mal wieder was. Kann auch was anderes machen. Komm, kannst du sagen, was du willst. Jetzt der Stream-Baut der Hals haben. Ja, true. Ich würde eigentlich jetzt der Stream-Baut der Hals haben. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Das ist ein wunderschönes Pick, oder? Eigentlich ist das sogar ein sehr rationaler Pick. Bin ich ehrlich. Ah, fuck. Bye, Henry-Gate. Ich probiere ihn hier. Wir müssen die Hälfte, circa einen Meter meiner Haare abgeschnitten. Bereits von einem Meter. Die Hälfte? Du hast zwei Meter Haare, wie groß bist du? 12,50? Ich hätte gerade Bock auf jemanden, der meine Armor ist. Ich bin meine Armor. Achso, ich störe euch nicht dahin. Bist du was? Fuck off. Mach dir nichts draus. Man sagt, bei mir hat auch keiner drauf reagiert. Bleibst du einfach stehen? Okay. Ja, ich wollte eigentlich so hinter dir picken, aber... Wir sind mit anscheinend nicht durch. Das war ein langes Decision-Maker, ob du die Pistole aufheben willst oder nicht. Und dann, wie das Gehirnrattern sehen. Ich habe so lange nicht mehr verloren gespielt, dass mein Hirn einfach so lange gebraucht hat, um zu merken, dass es die richtige Pistole ist. Nee, die Nintendo-Titel, also die sind alle so expensive, so 60 Euro, einfach immer so broke. Die nächsten Computerspiele hat auch so drüber. Ja, nee, League of Legends ist kostenlos. Ja, ja. Valorant auch, ne? Ich habe mich gefragt, wie Mango denselben Rang, wie ich haben konnte und wurde instant immer promotet. Ja, ich denke, das ist so, wie es funktioniert. Du musst nur merken, dass du nicht scheiße bist und dann bist du einfach instant immortal. Was der f*** war diese Runde? Moin, ich bin nur hier, um dir zu stehen. Perfekt, wir sehen uns dann in zwei Minuten wieder. Ich finde, für Backseat Gaming zu timeouten ist nicht willkürlich, wenn es einfach sehr oppressive ist. Wenn es so grundlegende Sachen sind, okay, aber wenn es Dinge sind, die einfach komplett grundsätzlich und Verständnis sind, äh, ne, Dinge, die grundsätzlich sind, so, die, von denen jeder eigentlich weiß, dass man das weiß. Meinst du so grundsätzlich, wie hast du dir schon mal die Beine rasiert? Hast du dir schon mal die Beine rasiert? Zum Beispiel, what the f***? Sehr Backseat-Lagging, aber ja. Dann hat das immer diesen Vorwurf des, oh, du weißt ja nicht, wie das geht. Oh, du weißt ja nicht, wie das geht. Die Intention beäußert, ja. Vielleicht ist er, vielleicht ist er der Joker. Du weißt es nicht. Man kann mir aber auch nicht beachten, dass man nur das ganze Geld, was den Velo gepayt hat, auch von der Steuer ablassen kann. Das sagen immer alle so einfach, aber ich glaube, das ist, muss auch argumentativ gut, also, ich glaube, so einfach ist es gar nicht, das aufzusetzen von der Steuer. Das Gefühl, das wird ein recht aggressiver A-Push. Das Gefühl, ich komme mit dem miesen Backseat jetzt um die Ecke. Ja, please. Ja, ich habe den miesen Backseat nochmal kurz durchgeführt. Ich glaube, letzter war B. Ah, nee, Spawn. Screens. Oh! Du bist der Beste, danke, weiß ich. Warum sagt mir keiner, dass ich die Beste bin? Das ist der Typ, den ich gerade getimeoutet. Weil du Leute nicht timeoutest. Mein Steuerberater, Michael, der kennt sich tatsächlich mit YouTube und Twitch und sowas aus. Und zwar sehr, sehr gut. Und da ist auch nicht 50 da drin. Dann solltest du mal timeouten, dann sagt er dir auch, dass du die Beste bist. Den Steuerberater timeouten. Und kennt's. Minus 80 auf oben, minus 34 auf, äh, auf, äh, so was. Hm, ich habe nochmal 29 auf Jet Open draufgelegt, so, nach dem Motto, so, ich habe mitgeholfen. Der eine in der Gruppenarbeit, der immer die ganze Zeit daneben saß und dann nur seinen Namen runtergeschrieben hat, ja. Was ist das Crosshair von Sage? Bro, Sage, your Crosshair is fucking arthritis or something. Bike plantet. I have osteoporosis. Like, the middle doesn't look good. Ja, das sieht voll schön aus. We tended to dust. Hä? Ich dachte kurz, ich bin gemütet, weil mir keiner antwortet, aber... Ne, wir haben deine Meinung nur universal als falsch für Wippel schlossen. Wisst ihr, mir ist was aufgefallen. Ihr antwortet mir so oft nicht, dass ich denke, ich bin gemütet und dann drücke ich den Button und dann bin ich wirklich gemütet. Aha, und jetzt schiebst du's auf. Okay, ne. Ah, den spüre ich nicht, muss ich sagen. Du sollst ihn auch nicht spüren. Ich spüre aber alles immer. So über... Durch spüren entscheide ich. Lukas? Ja. Bitte, was? Ob du's spürst? Oh, Junge, das spüre ich eindeutig. Ich würde das jetzt sonst einfach hier kurz beenden. Gut, ich hab mich unentschieden. Hm, der Klassiker. Rainer Ult into Headshots. Da hat sie die Maluna gepullt. Was ist so leckeres? Lasagne mit Barbecue, Soße und sauren Gok. Müsum, müsum. Jan ist schon wieder gestorben, innerlich, bei den sauren Kulten. Man sieht einfach jetzt schon meinen schwarzen Ansatz. Das ist insane. Wie schnell meine Haare war es. Und wieder wurde ich gedowno-walt. Wieso? Von meinem schwarzen Ansatz? Ja. Ach so, ich bin leider unten sauber. Seward is sauber. War zumindest zuletzt. Ah, ne, noch ein Element. All gefunden. Nein. Ja. Ja. So, quasi emotional gerade. Ja. Switching sides. Oh, wir stehen alle zwölf. Krass. Außer Jaxa. Jaxa hat der fucking Nub. Oha. Oha. Hard carry every game, man. Valorant Sigma carry. Ah, so ein Ding ist das. Dominant. Unglaublich. Wie warst du MVP, bro? Äh, weil ich oben bin auf dem Scoreboard. Okay. Okay. Dann, ähm, have fun und bis gleich, Jan. Bye. Stimmt, ihr wohnt zusammen. Good night. Good night. Was nice. Okay, bye. 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 Bis zum nächsten Mal.